Ab geht's. Die Person ist halt schnell. Das wusste ich mehr. Ja, genau. Fällen lassen. Fällen lassen, nicht weiter fliegen. Gas näher zu deiner Position. Begibt dir die Sicherheitszone. Da kommst du ganz schwer wieder raus. Im Heli geht's noch. Aber das ist auch immer eine ganz knappe Sache. Aua, ist das Blech hier. Das ist dränglich. Ja, wenn du jetzt noch sagst, dann haben wir zu gehorchen. Ach so. Gehorchen wir. Also warte. Jawoll. In die Todeszone. Einer ist damit raus. Einer. Einer muss man raus machen. Ja. Ja. Ich sehe keinen. Boah, ihr seid ja mal ein Arsch der Welt. So. Probier's ja. Einer ist mit dem Einsatzgewinn. Ach, auch meine Ziele. Aber wir haben am Ende, haben wir ja schon öfters zusammen was entdeckt, ne. So ein kleines Easter Eckchen hier. Ja. Ne, rein in die Stadt Waffen holen, halt. Ja. Ich geh mal hier. Ich geh hier entlang. Alter, ich komm hier nicht hoch. Das nervt, dass man hier die Steine nicht hochkommt. Ja, voll realistisch auf jeden Fall. Ja. Ja. In gewissen Situationen, da kriegst du echt... ...kotzen, ey. Ey. Was haben wir hier? Aber über 8 Meter Zoll nicht springen. Drei Kante. Ja, das geht dann. Ja, Alter, ich hab nicht ne tote Kuh. Röcke vor. Falls ihr die tote Kuh sehen wollt. Oh, ich hab Gegner. Echt jetzt? Ja. Feinde sind hier. Das ist die richtige Waffe, Alter. Warte. Warte, 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 warte. Was? Mann! Wie viel war das? Keiner, ja. Was hab ich? Pumpe. Diese... ...Einschusskacke da. Ja, die hab ich auch. Diese Einschussscheißdinger da. Diese Scheiße. Gulag, hier. Gulag, das ist voll. Gulag ist voll hier. Lass mich nicht kurz. Du kannst den Feind verspotten, während du wartest. Worte sind effektiv. Aber Steine sind besser. Wo bist du denn da hinten? Ein Kampf hat begonnen. Ich hab dir jetzt nicht zurück. Mach dich bereit. Mit der MP. Er liegt mit der MP da rum. Wo denn? Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Doch wenn du verlierst... War's das? Du musstest irgendwo weiter hinten abpacken. Verdien dir deinen Weg hier raus, Soldat. Wie ist das bei dir? Bei mir ist das. Was macht? Ich schicke dich zurück zur Basis. Ja, er wurde von mir. Ich hab's nicht gehört. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Das hab ich nicht mit mir frei. 2400. Wir brauchen noch hunderte. Können wir ihn wiederholen. Ja. Oh, hier komm ich wieder nicht hoch, Alter. Wie den her ist das denn? Irgendwo muss nur noch Kodo rumliegen oder nicht? Habt ihr denn einen Typen nur, ne? Ne. Oh, genau nicht. Was soll man sichern hier? Gibt doch Kohle, wenn wir ihn sichern, oder? Genau. Ja. Geht er doch. Cool, dann kann ich das auch mal machen. Danke. Gerne, voll gerne. Ja. Hast du keine Schilder mehr? Ja, nö. Ich hab auch noch keine. Ja. Warte. Ich hab noch eine Größe gegeben. Oh, will ich so einen Sniper berühren, wenn einer will? Hier ist ein Chaos-Compair. Hier ist ein Teil einer Panzerung. Tausch dich gegen Pistole. Modell 8680? Was ist denn hier? Auch ne Pumpe, ne? Das ist die Pumpe, ja. Einer da. Hier waren sie schon. Oh, warte. Hier geht's noch in den Keller. Hier geht's noch hoch. Auf jeden Fall sind wir schon in der nächsten Zone drin. Der hockt hier. Ich hab immer das Gefühl, dass er hier irgendwo rumhockt. Hier ist einer. Wo gestorben ist er halt? Was ist hier denn passiert? Hier ist einer gestorben. Keller oder was? Ne, hier draußen. Hier lag auf jeden Fall Munition und hier Platten und sowas alles drin. Okay. Oder ist das Gebier gedroppt, weil wir hier das Ding eingenommen haben. Ja, kann sein. Da geht es auf jeden Fall gerichtet. Ja, ich geh dir nochmal in das Gebäude rein. Ich brauch auf jeden Fall noch eine zweite Wache, ey. Mit der Pumpe ist mir das alles ein bisschen zu... ...zu... 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 ...meinst du? Ja, genau. Wir sind natürlich schon rum... ...gerade rumgebackt hier, ey. Ich hätte gerne meine Sniper wieder, ne? Das ist Herr Mahl, oder wie? Ja. Meine... ...AX50, oder wie heißt die? Mhm. Und hier komm ich am besten zurecht. Und dann meine MP dabei. Hier waren auch schon welche drin. Ja, hier war ich doch gerade überall, glaub ich, oder? Ja, ich auch nicht. Das sah genau so aus hier. Das sieht irgendwie alles klar aus. Alter, aber wo sind die denn? Will doch jemand haben! Beim Port bestimmt dort, ne? Ja, zünde doch die Drohne. Ich hab keine Drohne. Ja, ohne die. Soll ich die mal hochknallen, oder? Mach mal. Und gleich direkt. Okay, hier ist schon mal nix. Oh, Alter, ja. Ganz weit hinten. Obwohl, alle beim Port, wenn du so guckst, ne? Ne? Ja, viele, ne? Ja. Aber ich hab noch nichts, um da jetzt nicht einzumischen. Aber ich hab ne MP oben hier in Schafelsgeber, ne? Ja. Nicht mein Schafelsgeber, ne? Rechts ist hier, oder wo wird? Hier wo, da wo, da ist Zeit? Ja, da wo, genau. Oh, ja. Da. Oh, ja. Da. Ich hab ihn gesehen. Oh, ich bin runtergefallen. Ich geh wieder hoch. Der ist da hinter irgendwo. Oh, ja. Ja. Der ist da hinter. Oh, ich hole mich wieder hoch. Einen hab ich. Ja. Einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich, dass hier. Einen hab ich. Was bedeuten ihnen hier diese Fadenkreuzer auf der Mini-Card? Ja. Das ist so ne.. Wo ich jetzt buch mich sehe. Ja. Da ist das so ne Mission. Ach so, okay. Oh, da. Kontakt. ist unterwegs weil er hier so richtig randale gemacht ja was ist hier oh hier liegt ne was ist das denn was ich oh hier ich habe hier er hat noch nie gelegt ja ja naja kam mal eben im Fallsteam runter goldene AK habe ich jetzt hier am stillen hier ist noch ein was ist das ist die besser oder soll ich mir lieber oh der schießt denn da ich boah nicht mehr war der sofort platt oder was der war sofort platt da hinten ist wieder ne Waffenlieferung da würde ich gerne mal hin ist das in Ordnung für euch also ich hab ich hab jetzt alles epische snipers hier kann muss gehen hier die Manege Pestrunde ja ja das das ich weiß nicht woran sich das unten rechts äh unten links ob du da ne Gasmaske neben den äh neben den Schilden da müsste dann so ne Gasmaske sein nein von mir ist nix ist hier irgendwo eine oder was ich hab auch nur eine eben bei den ganzen Haufen da hinten gefunden ach so gut sicherheitszone nicht sicher bereit halten zum kämpfen ich brauch so ne Dings Platten Panzer rum bräuchte ich nochmal was? Panzer rum? ne also als Reserve nachher für eine oder so mindestens oh da Kontakt Alter bin getroffen bin getroffen bin getroffen bin getroffen ein hab ich einen hab ich einen hab ich einen hab ich hier drauf drängt hinter dir easy hinter dir easy nein nein der ist tot der ist tot ne da war noch einer ich hab sie hast du ihn auch? ja 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 danke der ist auch sofort Piste geworden ja ja den anderen hab ich da vorne eben schon Plack gemacht aufregend die Bison du machst das wär auch was für dich der würdest du glaub ich da ist Kontakt Kontakt Feinde sind hier ich geh einer einer alleine kommt auf uns zu Armin oder du wie auch immer ja ne du hast du hast den Fehl glaub ich nicht recht aber ist egal Hauptsache wir haben geflatet hier ist noch ne fette Sneeper so ich hab noch ne Claymore mitgenommen vielleicht weiß was ob wir irgendwie vertreten müssen das ist ja auch ne K 38 98 98 das ist wie hier außen und denkst hier die du ist auch bei WG2 ja das deutsche K die ist eigentlich ganz gut aber das Visier ist ein bisschen kacke ich weiß nicht ob der hier auf dem Dach ist oder auf jeden Fall wird hier irgendwas angezeigt hier die Feinde sind hier hier ist ein Scharfschützengewehr ne ich hab eine mit Tamal alles gut oh ok Spiele und Tamal dann seh ich die besser ja das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird markiert wir sind drinnen in der Zone ne so auf dem Dach wie du plötzlich sagte ja ja hier Kontakt ja komme ich bin unterliegt hab ihn hab ihn hab ihn da hinten werden auf jeden Fall noch welche angezeigt Richtung Westen 258 hinter uns hinter uns da oben habt ihr die gesehen da oben drauf ja ne da oben drauf da oben drauf einer auf jeden Fall down einer auf jeden Fall down der lebt aber noch das Gas nähert sich dir ja der ist wieder da rüber gejumpt kein in der Nähe also er lebt wieder ja er sitzt da oben an der Ecke ja ich höre jetzt sind gerade wieder einer down er guckt da über die er guckt über die Kante rüber ne ne der ist down da ist noch bei noch einer oh oh alter ich komme nicht mehr weg naja alles gut lass ihn kommen ja down markiere einen Einstiegpunkt für der Team das genau bei den Containern sind zwei Stück naja warte ich sitz hier lass ihn kommen ja er kommt warte Dein Teammitglied ist jetzt im Gula nur wer überlebt wird erneut eingesetzt da ist noch einer 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 pass auf Dein Teammitglied wird wieder reingesetzt bereit halten ich bin unterwegs Schilde alter ich brauch Schilde hast du du bist da jetzt hingelaufen zu ihm ich bin nachgehauen da ist er hier sitzt er hinter dem Container wo du eben drücken ist Toras lauft also ich würde mal schnell mal platzen Panda aber der ist hier auf dem Weg ja ich bin bei dir der ist hier sofort gestorben ne der ist nicht sofort gestorben Nein sie haben meine Sachen eigentlich auch irgendwo noch oder ja die liegen nach da wo du gefunden bist du musst auf den Weg du musst doch gucken wo das war hier irgendwo bin ich abgekackt die war plötzlich mal wo Ich glaub hier hinten war das mega dankeschön ich weiß es von dem von dem trupp auf jeden fall noch irgendwo am überleben das gas breitet sich aus sicherheitszonen wird verlegt er ist dahinter gerannt kann nur im gebäude aber auch sehr schön ich bin dabei gas kommt auch jetzt auf dem an ich habe noch das gebäude erst mal ein oder ja ja das andere waffenlieferung ich habe ich habe ich habe eine goldene ak und ist ja perfekt ich habe wieder aufgefüllt wenn wir dahin rennen nein glaube ich da wo du wieder auf will lebst ja da kann es von mir auf jeden fall irgendwo geschossen ich bin halt nur offen wenn wir da und der brücke ist nicht das ist ja gut aus oh ja da links von dir ja noch ein sind dahin irgendwo beim gefängnis gelandet hier an der tankstelle sehr gut Ich mach ihn am besten, wenn du kannst, gleich ganz platt. Ich krieg hier meine Fahne noch hin, der Fahne kommt. Ja. Alter. Alter. Wo ist denn der? Tick dir nicht. Wo ist denn der? Hier. Vergesst es. Oder sitzt er da hinterm Baum. Hier, vor uns, vor uns, vor uns. Hab ihn. Er lebt aber noch. Da, auch noch. Hab ihn. Feinde in der Nähe! Feinde in der Nähe! Wir müssen in die Sicherheitszone. Alter. Die AK ist ja wohl mal der Oberburner, ey. Scheiße, Gas kommt. Oh, Alter. Gehst du, wir müssen. Ja, ich komm nicht weg. Ich spring einfach rüber. Vor uns, vor uns, hinter der Mauer rechts ist einer gelaufen. Ja, ja. Hier ist noch einer. Einen hab ich. Doch, nur. Ist tot. Beide. Einen Daumen. Ja, noch einer. Noch Platten, Alter. Noch Platten. Wir müssen jetzt erstmal in die scheiß Spur rein. Ich auch. Ich hab auch gar nicht mehr. Alter, wäre das hier gerade die beste Wande des Lebens? Oder was? Auto? Ja. Feinde sind hier. Das Gas verbreitet sich. Ich bin bei 7. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ich hab nur 5. Bei mir ballert das hier nur so, ey, was ich alles freigeschaltet hab für die Waffen, ey. Die müssen auf jeden Fall gleich irgendwie Plattenweste finden. Sonst sind wir im Arsch dran drauf. Ich hab auf jeden Fall nochmal ein bisschen Rauchli. Also ich hab noch 3, könnte ich noch abgeben. Weniger als 10 Feinde sind übrig. Ja, dann bin ich aber leer. Ja, eine würde mir reichen. Der will mir auch. Der will mir aus dem Zweigenkrieg kommen. Äh, wie mach ich das hier? Danke, danke. Okay. Nee, das ist gelb. Fährt das Auto noch, oder was? Ja. So. Oh, warte. Oh, die Gas kommen! Weiter! Ah, hinter mir! Hinter mir! Fick's ja rum und so, Mann! Gabi! Gabi! Meine verfickte Fresse! Ich bin komplett down, oder was? Sicherheitszone nicht sicher. Bereithalten zu kämpfen! Mann, ne! Ey, das scheiß Auto hier fährt aber noch. Sitzt da noch einer drin, oder was? Muss ja. Ich hab ein Heli. Die Wants ist ein Heli. Ja, ich bin. Wieder abgesprungen. Oh, das war's. Pass auf, über uns! Ja! Ziel ausgefallen! Ah, der kommt wo? Da oben, da oben. Ja, ja. Komm schnell, ich bin da oben. Wir bringen dich auf die Beine! Komm, 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 komm. Wir sind da so zwei tot rausgefallen, Alter. Die Kills haben mich doch abgestaut. Alter. Ich hab jetzt 10. Ich bin 9. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Muni, Alter. Oder Platten, oder irgendwas? Eine Platte hab ich noch. Warte. Du hab ich. Drop the base hier. Ich muss, die Zone kommt. Ja, bitte. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja, ich hab Maste. Alles gut. Also, sie sind auf jeden Fall hier noch safe. Dann nimm doch die Platte, du Apfel. Ich bin drin. Ja, ich auch. Ich hab auch Totenstelle drin, also... Also, könnte ich auch noch rein knippen. Das Gute ist hier, dass du echt noch bis zum Letzten siehst, ne? Wie viele halt noch da sind, ne? Ja. Nicht wie bei Apex, dass das auch immer Fragezeichen heißt. Das ist 2 gegen 2 jetzt, ne? Ja. Ja, eher muss ja, ne? Ja, 2 gegen 2. Hier wird ja mitgezählt, quasi. Oh mein Gott. Oh, ich hab schon ganz schweißige Betoten mehr. Ja, Mann. Ich öle schon, ey. Das ist halt geil. Das ist halt geil. Mission beendet. Ich schalte sie aus. Oh, rechts von euch. Wo? Links, links. Weiter links. Hier. Hier? Ja, da hinten war der. Nach unten. Da bin ich, ich frage nicht genau wo. Oh, was? Hinter mir. Hinter. Hinter mir. Die haben sich aufgeteilt. Einer von hinten, einer von vorne. Gut. Kein Spacko, die noch. Ja, die hatten links drin. Das sind noch 2 Teams. Von dem anderen ist noch einer über. Der war nämlich sofort tot, der Kerl. Ja. Der war weiter rechts. Genau in der Richtung. Nein, hinter dir. Da war... ...menig ein roter Punkt. Kann man so, dass der jetzt weiter gelaufen ist? Durch den hohen Punkt. Na, ich bin nicht ganz so hoch, damit er mich vielleicht nicht sieht. Wenn er von unten gleich hochkommt, dann... Da ist er. Pass auf, hier rein, die Zone. Oh die, oh die. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Auf, hier we go. Das war's für heute. Das war's für heute.